Dieser Wein ist der erste Riesling aus dem Raila Sorentberg nach 25 Jahren. Und das in der großen Kollektion von gerade mal einem Wein. Diesen einem. Dafür haben wir hier einen Riesling von uralten und wurzelechten Rebstöcken, die in einer Steillage an der Mosel stehen und lange auf der Hefe ausgebaut wurden. Nach 25 Jahren waren alle Reben bis auf eine noch intakt. Und raus kommt dann ein Wein voller Spannung, Finesse, Rasse, Eleganz und Klasse. Dieser Wein ist extrem limitiert und ich finde extrem guter Stoff mit viel Potenzial.